Gut, das funktioniert. Das ist aber nicht sauber aufgebaut. Da steht was ein. Die Morgenglocke. Gott, hab ich die gehasst. Sie läutete fünf Tage die Woche kurz vor Dämmerung. Wir Kinder mussten noch vor den Vögeln aufstehen. Los Lesmen, steh auf. Nicht trödeln. Frühsport. Jeden Tag. Dann schnell am Bach waschen. Und Haferflocken und Apfelsaft zum Frühstück. Bah. Haben halt auf sich geachtet. Das riecht unbedingt schlecht. Aber Fett und Zucker und so weiter ist halt Standard. Also das kann auch nicht schaden. Deswegen schmeckt es uns ja so gut. Fälliges, süßes Zeug. Weil einfach, naja, Nährstoffe pur. Und das braucht man vor allem, das könnte auch. So ist es ja nicht. Was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie die ganze Zeit einen Cheeseburger fressen sollte oder sowas. Ich dachte schon, ich würde mir das verhindern. Ist ja lustig. Das bleibt da. Aber das ist jetzt hier drin oder was? Okay. Gibt's hier noch was? Ne. Wohlt hier oben vielleicht. Ne, da gibt's auch nix. Da. So ist ne Decke. Okay. Da werde ich jetzt nach oben getragen. Ohne Möglichkeit. Ich bin sicher eine Million Meilen marschiert bevor ich 10 war. Aber es war nett. Ich mochte es draußen in den Bergen. Die Stille, die frische Luft, den tiefen, dunklen Wald. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Sieht man Rapid City von hier? Nein, nein, nein. Das ist viel weiter östlich. Wollen wir schon mal schauen, was das ist? Stiefel. Wanderstiefel. So. Okay. 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 Und ja, gibt's irgendwo ne Glühle? What the fuck, was war das denn jetzt? Ich dachte schon, die sinken. Hä? Hä? Ist da mal ne Lücke? Aber warum sind die Blöcke verschwunden? Das hat mich mal ziemlich evitiert. Was? Was? Was so? Was? No, das ist es. Oh, das ist ja. Ach so das. Ich glaube, das tut mir wohl nicht. Hier auf jeden Fall irgendwas. Lückenwiffen. Ach, schande, ernsthaft. Ach, da stell ich mich aber echt nicht geschickt an. Ach, schande, das kommt von vielen Block-Sätzen. Ach, das vergesse ich immer. Scheiß Teil. Ich bin nicht mehr renglust. um klimpern zu hören ja, vielleicht werde ich es noch mal rein was soll das so sein?